Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Wheels. Mein Name ist Pecky und ich habe keine Angst vorm schwarzen Mann. Und wenn er aber kommt, dann fahre ich mit dem Fahrrad davon. So, der liebe Kainor hat eine Rope Swing Map gemacht und der widmen wir uns auch gleich mal mit unserem Cross-Kollegen und los geht. Okay, press Z and hold down. And hold the down, wa? Oh no, schon, schon gefehlt, wa? Hab ich mir leicht mal das Bein gebrochen. Oh, ich muss, nee. Hab der schon mal gemacht, runter vom, vom, vom Dingenskirchen, von der Vespa und dann noch weiter gemacht? Au. Okay, pass auf, muss ich einfach so springen, ne? Und dann mit Z, hab ich schon wieder falsch gemacht, immer hänge ich mich doppelt drauf. Geht gar nicht. Oh, oh, mein Sprech-Tanz. Okay, nochmal. So, jumpin', hold down, hold down, yeah, hold down. Au, au, shit, fuck, my head ass. My head ass, the fuck, was laberisch. Hey, ich kann das nicht, warum mach ich immer hier so'n Scheiße? Ach so, press Z and hold down. Nein, das war falsch Hold down funktioniert nicht So, setz, so Geh mal weg jetzt, Vespa Hier, du Spargo So Nein Scheiße Ich hab davon geschafft, es kann ja nie mehr sein So Ja, fast, fast, ja, sehr gut Sehr gut, sehr gut, genau so wollte ich das natürlich Ja, endlich So, und da festhalten Und das Bein gebrokt So, okay, pass auf, ist überhaupt kein Problem Ja, ne, ich kann das nämlich so Oh, hey, wäre ich fast an der Stachel Vorbeigefangen, ne Aber Stachel ist nicht so slim, ne, machte gar nix So, jetzt wollen wir da Ordentlich drauf, so, okay, passt Und mit der Hechtsprung Oh, 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 schade Schade, schade Bin ich fast dran vorbei Da hab ich mir, oh ja, so ist gut, so ist Sehr gut, und dann noch schön ein Aufbauern, uhakal, uhakal Jump machen, kennt ihr uhakal Jump? Das machen bei uns so die ganzen Spasties im Freibad So, weißt du so Die keinen normalen Hecht nicht können Kennt ihr nicht? Kennt ihr doch, oder? So Wer geht denn von euch ins Freibad? Hab ich schon mal gefragt, oder? Oh, 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 yeah Riecht auf, Baby, riecht auf Oh nein, ich habe gerade verloren Da kann ich mich doch vortransportieren, oder? Auf die andere Seite Mit dem Arsch hinten reingequetscht Da möchte ich jetzt keine komischen Kommentare hören Weil ich gesagt hab, Arsch und hinten reingequetscht Na, da könnt ihr euch, eurer selber, eure dreckige Fantasie Da bin ich nicht für verantwortlich Ihr Schweine Nein, das war nicht gut Nein Da stürzt er ab Los, ich muss doch rauf So Sauer, jetzt hat er Kreuzgut zu fix Zu neusend einmal Jetzt hätte ich es auch nicht geschafft Das kann ja gar nicht wahr sein Jetzt hat Und dann unter Oh, scheiße Jetzt habe ich mir schon den Arsch aufgerissen Oh Jetzt hänge ich an der Wand fest Oh, ja Nein, scheiße 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 Zu fix Das muss ich aber mal schaffen Jetzt habe ich mir schon gerade den Arsch gerissen Jetzt werde ich es aber auch noch so können Jetzt hat er einmal Und na, dann ab Und dann hält sie mich da noch fest Ja, wenn sie mit Arme abreißt Dann ist das natürlich nicht so gut Geh, Freund Dann müsst ihr es schon mal sehen Ja Ja, ja Ach, komm Der Kainer baut auch immer so komische Karten Die ist zwar jetzt nicht schwer Aber Auch irgendwie ein bisschen komisch Hier Wer hat schon eine Kugel bei der Rope Swing Map Okay, hat vielleicht nicht jeder Oh, nein 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 Das Oh, schade Ich dachte, da kann ich mich nur festhängen Oh, da habe ich gedacht Ich kann mich da noch reinhängen Das war Oh, oh, nein Nein Oh, ja Ja, ja Los Los Kack das Ding wieder aus, Mann So, was geht Oh, 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 oh Au Da, fuck Da, fuck Echt Hups Und da drauf Und nun da Nun da Nein, nein, nein Nicht doch so So, oh, mir moll ich das noch Aber das werde ich ja wohl schaffen Komm, das ist doch eigentlich schwer Scheiße Ja, ja, ja Ja, ja Komm schon Komm schon Komm schon Wie immer da hängt Echt, ey So ein Spack Los Und jetzt Drauf Und gleich mit dem Hechtsprung weiter Und dann nübbe Ja Ach, Mann Ey Das kann doch auch nicht sein Ich komme da sonst doch immer rüber Ich schaff da ganz immer alles Da habe ich mir gerade das Rückgrat gebrochen Ja, Kinder Wisst ihr, was nicht lustig ist Wenn man sich das Rückgrat bricht Oh, oh, ja Ja, ja, ja Und festgehalten Und durch Ja Hey Auf den Beinen Auf den Beinen geschafft Unfassbar Unfassbar Oder Was sagt ihr dazu Ich sag dazu Unfassbar Wir spielen Äh Newest Und Uploaded This week Würde ich mal sagen Äh Top rated Schauen wir, was wir da haben Glassberg Die haben wir schon alle gespielt Wir machen mal hier unten Ein bisschen weiter Insane und Move Dodge the Mine Okay, alles klar Was? Der Mino Ich muss der Mino dodgen Dodge Ich hab's geschafft Ich weiß nicht Hab ich's geschafft Der deutsche Mäne muss sich aus dem Weg kickern Es kann doch nicht wahr sein Ich muss irgendwie Ja, ja, ja Nein, nicht so Ich hab das doch schon mal geschafft Dad, wir müssen nicht wieder Mine Dad Dad, wo bist du? Dad Ich fang die Mine auf Das ist überhaupt kein Problem Ich muss sie wieder wegkicken Hm Äh Äh Ja Oh Mann Stop fake glitches Ne 99% impossible Ach ja Ach ja Mit Pogo stick Bitte Good evening Ich muss dieses Mal eine 99% impossible map schaffen Aber ich hab schon einige von die 99% impossible maps geschaffen Ouch Das hat sehr viel getan Aber ich glaube nämlich nicht, dass die wirklich zu 99% nicht scharf sind Aber da liegt schon wieder eine Mine da oben Ich hab schon gesehen Oop Mine runterfloppt Ouchi That hurt That war nichts zu gut Ich muss schauen Diese Herasolierung ein letztes Mal lang gehen Aber nein Ich bin voll in die 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 Torpedos gesprungt Ich muss gucken Aber ich vielleicht irgendwie die Mine für mich verletzen kann Ja, war auf jeden Fall interessant Zwar nicht geschafft Aber interessant So Don't move soccer Ne Ich mag diese don't move scheiße nicht Are you pro? Of course I'm a pro Pff Ja In your face In your face Frontflip Oh oh Das zu meine Frontflip Ha 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 What a quite good map But I scroll here in my room Toot myself light Ähm What haben wir noch? Save your dead Of course we will save our dead Dad Ich will dich retten Retten? Sohne, du willst mich retten? Ja, Dad Ich will dich retten Sag mal was lau was du findest scheiße sohne Du hast überhaupt keinen Plan Dad Halt mal schnauze Jetzt Ich will dich retten Nein, nein, Dad Ich hätte dich fast gerettet Okay, ich muss schneller sein Schneller sein Schneller sein Achso, wird die Kugel da drüben Schnell hier runter Ich muss da runterfahren Oh, oh, ich hab mir doch die Arme gebrochen, Dad Für dich So, wieso sprichst du mit dem Englisch-Netzern? Ich weiß es nicht, Dad Ich weiß es nicht So, du bist Fucking disgraced Eine verdammte Enttäuschung You Kleines Kack Spassen Kitty Doodle God Please wait for the screen Okay The superheroes of Happy Wheels Story I don't fucking care What the story is I want to play superheroes Ach, das ist so'n Anschau-Ding Kackficken Ah, nee Nie, nee Ich will lieber selber was kaputt machen Minecraft Adventure? Heißt das wirklich Minecraft Adventure? Schauen wir mal, ob es wir klicken Oh, sieht das aus Oh, ja Das ist die kleine Box The, 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 the Crafting Table So, und jetzt kommen wir mal Oh, hier Oh, scheiße Ich muss da hoch Pogo-Stick-Billy Kommt überall hoch Oh, oh Das check Wie eine Snake Wie eine Schlange in die Urwald Versteht ihr Schlange in die Urwald? Nein? Egal So, und die Brücke Was wirklich schön Gebaut die Brücke Warum gehe ich immer über die Bäume? Warum mag ich immer diese komische Kack-Move? Und Frontflap Oh Und Backflap Und Sidefrontyflap Oh, das ist eine Eine wirklich unbequeme Körperhaltung Die ich hier einnehme Ich weiß auch nicht, ob mein Chiropräktiker mir so etwas empfehlen würde So, und los Chupau Chupau Und noch weiter nach oben Ich muss hier Oh, nein, ich gehe nach unten Ich gehe in die Mine Oh, was ist das? Ist das Lava? Aber tut gar nicht weh Ist also keine Lava Sonst würde ich ja weh tun, ne? Bisschen langweilig, die Map Bisschen langweilig Ich gehe mal hier rein No, no, no Not you Not today No sun Ja, da kann man dann wohl mit dem Mean Card fahren Und das ist mir das ein bisschen zu langweilig Ich will Blut ziehen Blut Der Battle Ja Hallo Grüß Gott, was machen Sie auf meinem Berg? Das kann nicht angehen Ich bin hier der Herrscher von dem Berg Ich lasse das nicht zu, dass jemand anders vor allem kein Schwarzer Ich bin kein Rassist, aber ein wenig schon Oh, da war gerade mein Arm Hallo Arm Leberarm ab als Arm dran oder so Oder Arm dran als Arm ab Runter gefallen Ich muss den Neger festhalten So, Neger Auf dir rutsche ich jetzt Ja, genau so Schön auf dem Neger rutschen Ja, los Los Du Du musst mein Schutz sein Oh, ein Helikopter Ich habe es geschafft mit dem Neger auf den Helikopter Dann brauche ich ja den Neger nicht mehr, oder? Kann ich den Neger wegwerfen? Herr Neger Würden Sie sich gerne von mir verabschieden? Oh, ich halte mich mal hier im Hubschrauber fest Was ist jetzt passiert? Ich mache einen Handstand Fliegen wir? Oder fallen wir? Oder was ist los? Oder wie ist das hier? Ah, da geht es weiter Oh, verdammt Ich glaube, da hätte ich nochmal den Neger für gebraucht Der Herr Neger Oh, ich mache erst mal ein paar Klimmzüge Ja Ja Und super Habe ich im Sporthunterricht auch immer gemacht Da lachen aber immer die ganzen Mädchen Wenn ein Junge halt was macht Und eine denken sich immer Oh, der ist aber stark Der kann mich bestimmt beschützen nachts Dem, dazu, dem gehe ich hin Aber der hat eine Brille Der ist komisch Nee, nee Der sieht so komisch aus Da gehe ich lieber nicht hin Der sieht so nerd aus Nerd sind nicht cool Nee, nee Ich will doch keinen Freund haben Irgendwie der Der nicht cool ist Kennt ihr das, Jungs? Kennt ihr das nicht? Nein, oder? Schule ist eine harte Zeit Ja, ich weiß So, und dann muss ich hier mit dem Stuhl Da mal noch ein bisschen Fitnesstraining machen Damit ich stark werde für die Girls So Ein bisschen Fitnessübungen hier Ja, ja, ja Nein Ja Und dann den so nämlich drüber Oh, was mache ich eigentlich? Wie soll man das denn normal schaffen? Ich mache mal hier so einen Fuzzlebaum Und jetzt mit der Beinmuskulatur Ja, nein So Ja, nein Nein, ja Und hier rüber Und dann Dann lege ich hier nämlich ganz total Oh, ich muss einfach nur diese Tonne da wegkicken Das kann doch nicht wahr sein Dass das nicht geht Oh, jetzt hätte ich fast coolen Move gemacht Coolen Breakdance Move Coolen Breakdance Groove Ich habe den Breakdance Groove Dann ich mache den Breakdance Move So Oh, fuck Oh Scheiß Drag Fuck Bitch Ass Hole Oh, Gott Ich kriege gleich Jan Robbler Scheiße Jetzt kann doch nicht wahr sein So, jetzt mach Hin Ja, komm, furz das Ding weg Los Komm schon Du alter Penner Oh, es kann doch nicht sein Dass man da die Tonne nicht wegkriegt Scheiße Nein Hin Nein 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 Hoppa Nein Komm schon Ach, ich schaff das nicht Es tut mir so leid Wir machen noch einen So Challenge Nee, das ist wieder so Blub, 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 blub Deadly Night Okay, das hört sich gut an Deadly Night Oh, son, das tut mir aber so leid Da bin ich jetzt Irgendwo angefahren Okay, nochmal Mit, mit so Stop It's dangerous out there At night, go back Aha, er will das nicht weg Nein, dad, get out, go back Okay, son Diesmal überlebst du noch Oh, was ist das, der Penner mit der Flasche Give me your money, no I want Dead, gib ihm mal dein Geld Schon, ich hab kein Geld Ich hatte kein Geld Das ist ein Geld für ein teures Fahrrad Aber kein Geld für den Penner So, und deswegen hast du nämlich auch gleich eine Axt im Gesicht Ich hatte einst Geld Aber dann bekam ich eine Axt ins Gesicht Dad, das ist verdammt nochmal nicht lustig Nein Nein Backflop Ja, das war cool Ja, so, das war cool Du hast mich im Licht hängen lassen Ja, son So bin ich halt Typisch, dad Oh, da fährt er aber hier ordentlich durch So, ohne den Sohn ist das natürlich viel einfacher Da hat's mich zerfetzt in tausende Teile Und bodyhub Au Oh, nein, dad, nein, dad, dad, dad Oh, fuck Fuck, dad, das war jetzt ein bisschen gruselig Dad, mach das nicht nochmal, dad, schau zu mir Okay, son, ich mach hier bunnyhub, okay Ja, dad, mach bunnyhub Frontflip Der Frontflip war ein bisschen komisch, dad, ja, ich weiß Dad, wir kommen jetzt nicht mehr hoch, weil du ein dummer fucker bist Ein dummer fucker? Ja, dad, ein dummer fucker Was, das ist ein dummer fucker und woher glänzt du solche Sprich, äh, woher, woher, hä? So, und woher, hä? Ah, dad, du hast den Penner leben lassen Wir waren da fast runtergefallen Du bist ganz schön nachlässig für meinen Vater, du Ach, schon, weißt du Irgendwann wird einem alles egal Dad, wieso sprichst du heute mal um die Komis? Ach, ich weiß auch nicht Meine Zähne tun mir weh Deine Zähne? Ja Ich hab Zahnschmerzen, mein John Ach, dad, du bist alt Ja, ich weiß Dad, der ist gerade in der Mine gefallen, dad, dad, dad Na, scheißegal Oh, 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 John, wo willst du denn hin? Da bin ich doch wieder Ah, da ist er, da ist er ja wieder Da ist er wieder, der kleine Satanspraten, nicht wahr? Dad, du redest halt so komisch So, du redest auch so komisch Das ist gar nicht wahr, dad Siehst du, du kannst überhaupt kein richtiges Wort Du machst immer Ja, ich bin auch Beatboxer Was spielst du? Beatboxer Was? Beatboxer? Ja Beatboxer Ja, mach mal was Ja, kann nicht Ich hab keine Arme frei Was ist denn? Die armen baumeln da so rum wie leblose Geliebtenmaßen Du wolltest was anderes sagen, oder? Ja, ich wollte was anderes sagen Dad? Ja, Sohn? Dad, pass auf Es ist so Du langweilst Sohn Sohn, das, das, das tut mir weh Dass du sowas sagst zu mir Das verletzt mich Wirklich? Nein I don't fucking care Little piece of shit Kleiner dumbass Ficker Ficker, was? Ficker? Ja, du bist ein kleiner Ficker Ein kleiner Ficker? Ja Ja, Sohn Ja, Sohn Wie sieht das am Mittagssisch aus? Mom, Dad Kleiner Ficker Oder in der Schule Patrick, kleiner Ficker Ja, hier Klasse Juhl Schnell, los Wir müssen den kleinen Ficker nach Hause bringen Dad, das tut weh Schnauze da hinten, du Kleiner Ficker Es reicht aber langsam mal wieder, okay? Es reicht nie, Sohn Es reicht nie Ach so, die steckt durch ihn durch In seinem Rücken oder what? Das ist ja mal ne krasse Akupunkturmaßnahme hier Dad, ich will nicht mehr über die ganzen Tische fahren, Dad Ich hab keinen Bock mehr Jetzt haben wir auch noch ne Frau vorne dran So, das ist keine Frau Das ist eine Lady Die macht Lady Sachen Ja Weißt du denn zum Beispiel? Äh, ja Ich weiß auch nicht Lady Sachen halt Weißt du was die Ladies machen, die ich mir im Internet anschaue? So Da fuck Ja, die machen immer so Duckface Ha, wir haben's geschafft So und wir haben's geschafft Ah, du verdammter Bastard So, okay meine Freunde Das war's Ähm, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen Und fürs Zuhören und so Bis zum nächsten Mal Tschüss Und bis dann